Hallo aus der Umweltstation am Rader See. Im Moment ist nicht alles wie eh und je. Wegen Corona können wir leider noch keine Besucher begrüßen. Drum wollen wir die Wartezeit mit diesem Video versüchen. Die Aussicht ist traumhaft, ihr könnt es sehen. Hier könnt ihr bald am Sonnenrad drehen. Auch mit unserem Energietriebboot kann man selbst aktiv sein und stellt dabei fest, Strom entsteht nicht von allein. Ob es regnet, stürmt oder die Sonne scheint, alle Infos dazu sind in unserer Wetterstation vereint. Auch Entengänse und Kornburane gibt es hier zu entdecken. Wir hoffen, wir konnten eure Möhe hier wecken. Wir freuen uns auf euch. Bis bald!